Gesundheitlich ist es nicht allzu gut um ihn bestellt. Tommy Schmelz ist weiterhin stark angeschlagen. Ein Krankenhausaufenthalt folgt auf den anderen. Der Gesundheitszustand von Goodbye Deutschlandstar Tommy Schmelz, 53, gibt Grund zur Sorge. Krampfanfall. Voxstar Tommy landet im Krankenhaus. Es will einfach keine Ruhe einkehren. Nach einer schweren Bauchspeichelentzündung im Jahr 2015, seiner Diabetes-Diagnose, Nierensteinen, einem unentdeckten Herzinfarkt und einer Zyste im Bauch, verrät Katrin Mermischmelz, 56, vor einiger Zeit via Instagram. Dass Göttergatte Tommy chronisch krank und auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben sei und nicht arbeiten könne. Im Juni 2024 folgt dann der nächste Schock. Tommy erleidet einen schweren Krampfanfall. Er hat keine Luft mehr bekommen und hatte das Erbrochene im Rachen. Es war ganz, ganz schlimm, erinnert sich Katrin im Gespräch mit der Mallorca-Zeitung an die bangen Augenblicke. Nach einigen Tagen im Krankenhaus und mehrerer Untersuchungen, darunter ein Gehirnscan und Ultraschall, erhält er dann die Diagnose Epilepsie. Krankenhaus statt Kreuzfahrt. Tommy Schmelz hat Wasser im Bauch. Und auch die aktuellen Goodbye-Deutschland-Folgen, aktuell und alte Folgen bei RTL Plus abrufbar, zeigen, dass sich die Krankenakte des Vox-Stars weiterfüllt. So verschlechtert sich bereits am ersten Tag der gemeinsamen Kreuzfahrt urplötzlich der Tommy'sche Gesundheitszustand. Im Krankenhaus auf Madeira folgt dann die bittere Diagnose. Sie sagten, es wäre sehr ernst, er hätte ganz so viel Wasser im Bauch und die Organe arbeiten nicht richtig. Nieren und Leber machen jetzt auch nicht mehr so richtig mit, erzählt Göttergattin Katrin. Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des Goodbye-Deutschlands-Team sei es ihr glücklicherweise gelungen, ihren Tommy nach Mallorca zu transportieren, wo er zunächst im Krankenhaus aufgepäppelt und anschließend nach Hause entlassen wurde. Zwar sei der Vox-Star noch immer schwach, jedoch werde weiterhin versucht, das Wasser mit Tabletten rauszukriegen, sodass sich die Organe erholen können. Wir wünschen Tommy Schmelz von Herzen gute Besserung.